Stippschitz und Rubel, willkommen sehr gerne. Wir haben viele Vorstellungen gespielt und wir hoffen, dass wir in diesem wunderbaren Ambiente noch viele weitere Vorstellungen ab Herbst 2015 werden spielen können. Mit unserem neuen Stück, welches da heißt Gott und Sön. Der Stadtsaal ist eigentlich die Bühne, die für mich einmal, wie soll ich sagen, tolle Voraussetzungen bietet. Es gibt hervorragendes Licht, hervorragenden Ton. Zum neuen Programm möchte ich nur so viel sagen, ich habe mir schon überlegt, ob ich es nenne, früher war ich besser, weil man hatte irgendwann als Kabarettist die Angst, dass man das hört, früher war er besser und dann nimmt man das gleich im Titel vorweg. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020